Hey, willkommen zum zweiten Video über Venom und zwar hat er glaube ich dieses Video nicht richtig verstanden, aber ich muss zugeben, es haben ziemlich viele die Ironie dahinter nicht verstanden und zwar habe ich gesagt, dass dieser Hit im Replay deutlich nicht geht, da die Ranger zu hoch ist und ich habe darauf angespielt, dass es entweder ein verzogelter Hit ganz normal bei ihm war und dann mal gefragt, warum es denn bei Critical Root kein Dealer Hit sein kann. Dann kam es einer Kommentation, dass ein Dealer Hit nur entstehen kann, wenn der Server oder der Spieler lag, was nicht ganz richtig ist, sondern es geht auch, wenn die eigene Minecraft Instanz, ja zum Beispiel wie in diesem Fall von Critical Root, die Position des gegnerischen Spielers falsch erkannt hat und ich habe das Gefühl, dass Venom und Ace, also jetzt mal so No Hate, aber die kennen sich einfach nicht wirklich so gut aus. Also in der Bustel-Szene finde ich ist jetzt wirklich JS der kompetenteste, der am meisten davon versteht, aber sowas wie Ace und Venom, die wirken halt so ein bisschen nur wie diese Anfängerischen, die dann einfach versuchen jeden Lauf zu basteln und dann scheiß auf Fehlbust zu geben, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, wie Hates oder sowas entstehen. So, dann gibt es hier nämlich die Szene bei Critical Root, wo ihr jetzt hier den Hit bekommt und übrigens haben auch ein paar Leute gemeckert, hey, du hast das Replay nicht richtig angehalten. Doch, das habe ich, aber das Review-Replay läuft halt nur mit 10 Frames ungefähr, ich weiß nicht ganz genau mit wie viel Frames, ihr seht schon, wie verzögert, also das ist hier FPS, FPS, jetzt vielleicht, weiß ich nicht, 3, 4 Bilder in der Sekunde ausspuckt und, okay, ich würde eher sagen, 3 Bilder in der Sekunde ausspuckt und das ist Geschwindigkeit 0,25, das heißt mal 4 gerechnet läuft das Review-Replay ungefähr nur in 12 FPS oder in 12 Frames, das heißt, es ist dort deutlich schwieriger als auf Comedy zu stoppen, weil dort läuft das Replay, glaube ich, mit 30 Frames oder 40 Frames und dort kann man wesentlich besser das Replay nachdrucken und die Hits halt vergleichen, wie jetzt bei Review, ihr seht schon, wie verzögert die sich hier bewegen, also mit wie wenig Bildern, die sie konnten einfach nur und ja, sie sagten halt, das kann kein Dealer-Hit sein, wie ich ihnen erklären wollte, dass ein Dealer-Hit nicht nur entsteht, wie ein Dealer-Hit allgemein entsteht, haben sie sich dann beide auf TS gemutet, weil, weiß ich nicht, sie es dann einfach nicht hören wollten und ja, ein Dealer-Hit entsteht, by the way, nicht nur, wenn man die ganze Zeit gehittet hat und keine Ahnung, wie sie das, wie sie ein Dealer-Hit oder so aufgenommen haben und wie das jetzt einmal läuft, ist, dass jede Minecraft-Instanz hat immer einen kleinen Intervall, also einen kleinen Zeitaufwand, bis sie die Information an den Server weitergibt und jetzt zum Beispiel, sag ich mal, in diesem Fall ist es halt so, wenn er jetzt hier einen Hit bekommt, dann gibt die Minecraft-Instanz aus, dass er gerade den Hit gibt, während der Gegner so und so weit entfernt ist und diese Information muss dann weiter vom Server aufgenommen werden und bis der Hit dann entsteht und so ist das bei Dealer-Hits nicht nur, dass man nach dem zweiten Hit einen Dealer-Hit oder so haben kann, sondern schon der erste Hit kann ein Dealer-Hit sein Soweit ich das weiß, funktioniert das auch so mit Hacklines, also dass du irgendwie mit deiner Minecraft-Instanz eine andere Nachricht an den Server schickst zum Beispiel, wenn das Spieler so, wenn du so Hacklines hast, wenn der Spieler so fünf Blöcke entfernt ist, dann schickst du dem Spieler irgendwie eine Nachricht, äh, dann schickst du dem Server eine Nachricht, dass der Spieler nur 3,4 Blöcke oder so entfernt ist und dass man dann da den Hit bekommt Soweit ich das weiß, funktioniert das so bei Hacklines oder ähnlichen, also so bei Huzuni, Rupture, Squash, keine Ahnung, die ganzen Hacklines Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen krank und äh, das ist in diesem Fall halt auch so, oder was ich in diesem Fall vermute, ich kann nicht zu 1,5% sagen, dass es legit ist ähm, aber man kann auch nicht zu 1,5% sagen, dass er hackt, das haben ja Ace und Venom, oder Dave Tags auch schon gesagt, dass man nicht immer zu 1,5% sagen kann, dass diese Person hackt und dass es lediglich eine Vermutung ist und natürlich die Person am besten weiß, ob sie hackt oder nicht jedoch glaube ich in diesem Fall eher, dass sie sehr legit ist so, und zwar kann ich, wie ich das glaube, es ist nämlich passiert, dass die, äh, seine Microinstanz hier wahrgenommen hat ah, so, sorry, äh, ich bin noch ein bisschen krank, deswegen habe ich manchmal so eine kleine Hustenanfälle noch ähm, ich glaube, hört man auch noch raus aber so, auf jeden Fall, äh, sagt er, zeigt halt seine Microinstanz, warte, wenn ich einfach was ein bisschen vorspule blablabla, was im Bett eingebaut ist, so hier geht er hoch und auch wenn er jetzt erst hier hinten hittet, also erst wenn er hier anfängt zu schlagen und es normalerweise halt immer so ist, dass man vorher den Hit anscheinend schon bekommt nur, was viele Leute immer denken ein Dealer-Hit entsteht nur dann, wenn ich diese Person hier jetzt hitte also sobald man hittet, kann der Dealer-Hit entstehen ähm, wenn man nur einmal hittet, das ist nie ein Dealer-Hit, sagen halt immer viele ähm, das stimmt aber absolut nicht, also ich weiß nicht, wie man das jetzt genau erklären soll ähm, du kannst auch, wenn der Spieler zum Beispiel, jetzt ist hier 4,2 Block entfernt und du hittest nur einmal, hast davor nicht gehittet dann, äh, kann das auch ein Dealer-Hit sein weil ein Dealer-Hit ist nicht, wenn du permanent auf diese Person jetzt einschlägst äh, dass der Hit vielleicht einfach nur verzögert kommt das gibt's auch, aber es gibt mehrere Arten von einem Dealer-Hit es gibt halt erstmal den ganz normalen Dealer-Hit also wenn du jetzt zum Beispiel auf diese Person hier einschlägst permanent, dann bekommst du eigentlich einen Hit der fliegt weiter nach hinten, dann bekommst du erst den Hit äh, das ist halt ein Dealer-Hit aber es gibt auch Dealer-Hits, die mit der eigenen Mind-Club-Dinstanz auch mehr zu tun haben und zwar stehst du hier, schlägst diese Person beim Server wird noch signalisiert beim Server wird schon signalisiert, dass die Person hier ist jedoch wird bei deiner eigenen Minecraft-Instanz erst signalisiert, dass diese Person hier ist und, ähm, ja das ist dann einfach nur ein Delay zwischen dem Server und, äh, deiner eigenen Minecraft-Instanz und so kann halt so ein Verzögert-Hit auch entstehen und das kann auch sein, beim ersten Schlag da musst du nicht permanent geschlagen haben dass es dieser, dass das ein Hit von vorher war sondern deine eigene Minecraft-Instanz erkennt erst dass diese Person hier ist, weil du zum Beispiel, sag ich mal, in der Zeit irgendwie einen kleinen Internetverlust hattest oder ähnliches so war dieser Intervall zwischen dem, äh, zwischen dem Server und, äh, äh, ah weil du zum Beispiel irgendwie einen Internetverlust hattest oder so oder ein kurzfristiges, keine Ahnung wo dein Internet irgendwie gerade ein bisschen rumgeschmackt hat dann ist dieser Intervall zwischen deiner eigenen Minecraft-Instanz und dem Server halt vergrößert das bedeutet, dass du diese Informationen erst später an den Server abgibst oder, ja so kann man es eigentlich sagen und das bedeutet, dass er zum Beispiel schlägt auf diese Person ein und die ist hier jedoch wird beim Server vermittelt, dass die Person hier ist das bedeutet, nur bei seiner eigenen Minecraft-Instanz ist die Person auch hier weil es zum Beispiel irgendwie einen Delay oder so hat also dieser Intervall zwischen dem Spieler und dem, ähm, Netzwerk also dem Server ist größer da er zum Beispiel einen, äh, Internetverlust oder ähnliches hatte oder der Server und so einen kleinen Lack oder so bemerkt man meistens nicht mehr das bemerkt auch nicht Labimod wenn du hier zum Beispiel einen 20er-Ping hast dann kannst du einen kurzen, äh, Internetverlust haben oder hast du immer noch einen 20er-Ping dort angezeigt dann wurde dieser kurze Internetverlust nicht mehr angezeigt so, ähm ja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären aber, äh, es geht halt einfach nur darum dass diese Informationen von der Headge äh, angekommen ist dass diese Information vom Server erst hier wieder abgerufen wurde also um das jetzt mal so einmal so ein bisschen zu erklären äh, ja, das bedeutet übrigens auch dass das hier ein Delay-Hit sein kann das muss nicht natürlich kann es auch sein, dass er hackt will ich nicht, will ich nicht komplett abstreiten doch glaube ich, dass er nicht und, ähm, glaube, dass in dieser Situation auch nur Delay-Hit war aber viele aus der Bastel-Szene denken, ja, Delay-Hit ist gleich, ne ist immer nur eine Ausrede und das hat er bei Critical Wolf gesagt, aber ohne jeglichen Beweis er hat einfach nur gesagt, ähm, Delay-Hit ist bestimmt wieder eine Ausrede weil, ähm, das, er hat davor noch nicht gehittet das ist aber ein kompletter Quatsch Delay-Hits entstehen anders wenn du einen Delay-Hit machst, musst du, wie gesagt, nicht einfach permanent auf diese Person eingekrittet haben und dass dieser Hit einfach nur verzögert kam also, dass du einfach nur so einen verzögerten Hit bekommen hast wo du den Hit bei dir selber früher bekommen hast und dann erst das Server abgespielt hatte das ist halt genau dasselbe, wenn du nur einmal schlägst so, also wenn du nur einmal schlägst und diese Person halt hier bei dir ist dann bekommst du hier den Hit, aber das Server, äh, spiegelt das erst hier wieder weil du zum Beispiel diesen, dieser Intervall zwischen dem Spieler und dem Server ist halt einfach, wie gesagt, wegen Legs sind einfach ein bisschen größer geworden und dann kann es halt wirklich sein, dass es sich mal wirklich um einen ganzen Block oder so auch handelt das Beste, was man da halt machen könnte, wenn man mal Critical Rules Aufnahmen erstmal sieht ohne, dass er halt da halt rangezoomt hat jedoch, äh, hat dieses Ranzoom eigentlich schon ein bisschen sarkastisch dafür dass Leute, dass es gegen diese Leute ist, die jetzt wieder mit dem Bastard wiederkommen weil da so ein verzögerte Hit kam und, äh, wie ich, wie ich Leuten wie Ace und Venom, die anscheinend davon aber keine Ahnung haben ich muss sagen, JS ist in dieser Sache allgemein deutlich besser informiert als diese beiden das sind halt einfach, keine Ahnung, die wollen halt einfach irgendwelche größeren Leute passen die aber gar nicht erst hacken so, die verstehen auch nicht, wie das mit dem, wie das überhaupt, äh, wie so ein Dealer Hit oder sowas überhaupt zustande kommt und sagen dann immer direkt, wenn jemand sagt, Dealer Hit, ja, ist nur eine Ausrede und ähnliches so, und was, wenn er nämlich gemacht hat, er hat nämlich direkt vor dem Video gesagt, so dann Leute, ähm, das ist, kann übrigens kein Dealer Hit sein hat es nicht begründet, hätte mal begründen sollen, warum es kein Dealer Hit sein kann denn meines Erachtens nach kann es komplett ein Dealer Hit sein ähm, weil diese Person kurzzeitig in der Range war und wenn die Person permanent hier gestanden hätte und hier die ganze Zeit nur so sneakend gestanden hätte er kommt hoch und schlägt, dann kann es auf jeden Fall kein Dealer Hit sein weil dann war er nicht in der Range jedoch, was Critical Role gemacht hat, das ist absolut, kann absolut ein Dealer Hit sein denn er war hier zuvor in der Range, er war hier ist immer weiter nach hinten gegangen und bei Critical Role kann das vielleicht erst später geladen haben oder er hat halt seine, äh, bei seiner Minecraft Instance war er erst hier und er hat diese, äh, diese Information erst später an den Server weitergeleitet und dieser Intervall zwischen ihm und dem Server war halt verändert und er sagt nämlich direkt Venom, ja, das kann auf jeden Fall kein Dealer Hit sein kann, äh, kann auf jeden Fall kein Dealer Hit sein obwohl das ein Dealer Hit sein kann, denn er war zuvor in der Range weil er befand sich hier, ist dann immer weiter nach hinten gelaufen also was ich bei diesem Hit von Critical Role denke dass es eigentlich zu 99% nur ein Dealer Hit ist äh, und ja, was Venom da direkt sagte war halt ein bisschen lächerlich, fand ich er sagte direkt ohne jeglichen Weiß kann ein Dealer Hit sein, äh, er kommt bestimmt wieder mit der Dealer Hit Ausrede obwohl er nicht mal versteht, wie ein Dealer Hit bitte zustande kommt ein Dealer Hit ist nicht, wenn du die ganze Zeit vorher auf die Person einfightest und dann ein Hit, den du vorher gegeben hast, dann verzögert auf ihn kommt ein Dealer Hit kann auch anders entstehen so, und die Sache mit Venom war halt einfach ich hab ihm mal gezeigt, in seinem Video hat er nämlich ein Dealer Hit gebracht aber in seinem Video hat er halt so ein Dealer Hit gebracht wo er vor die Person gehittet hat und nicht, wo er, äh, wo er die Person nicht gehittet hat so, da hab ich ihn ein bisschen damit konfrontiert wie er auf den Dealer Hit reagierte und ja, sah man ja schon wie er darauf reagiert hatte äh, wenn er auch schon wieder seinen Titel da hat mit Vemis 100% bastelt und ähnliches wo er einfach nur ein Statement hat der Titel ist natürlich eigentlich ein irreführender Titel denn der Titel heißt Vemis bastelt, Vemis hackt und sowas ähm, und da ist halt nirgends von die Rede in dem Titel das ist ein Stamming Video also eigentlich ist das da natürlich ein irreführender Titel und ich glaub, da kann mir auch so ziemlich jeder zustimmen und ja, das war halt die kleine Sache dazu natürlich ist das Video mit Venom nicht ernst gemeint aber ich hab, glaub ich, ziemlich viele Leute nicht verstanden dass ich nämlich diesen, ich sag mal, Dealer Hit so stark betont habe weil er mir ganz klar bewusst ist, dass das Letit ist dass es bei ihm auch ein unverzögerter Hit ist aber, ähm, ich glaub, er hat das so recht so ganz nicht wirklich verstanden er dachte allgemein, dass ich sagte, dass ha, kann man jetzt, äh, bei ihm ein bisschen fragwürdig ob er das jetzt eigentlich mal ein bisschen, ja ja, und wenn dann an dich ich werd dir auf jeden Fall einen Link für Ironie in die Beschreibung packen das heißt jetzt, der erste Link, werden wir dann bitte einmal draufdrücken ähm, denn dort ist ein Wikipedia-Artikel zu der Sache Ironie dort kannst du einmal draufdrücken und dich dann ein bisschen genauer informieren was denn Ironie ist ja, das war's mit dem Video äh, und was soll man großartig noch zu sagen diese Bastel-Szene ich find's einfach nur extremst lächerlich ja, man stellt diese Bastel-Szene dann ich find, der einzig gute Bastel-Youtuber jetzt in der CW-Szene ist einfach JS weil er ist nicht so einer, der Leute einfach einfach verurteilt und dann immer wieder Fail-Videos macht und immer wieder dann drei Tage oder später ups, sorry, Fail-Bust gegen so und so sorry, er war legit und sowas macht sondern er macht meistens eigentlich nur die Bastel-Videos wenn er sich zu 100% sicher ist oder wenn es wirklich zu 100%ig keine Gegenbeweise mehr gibt dass es Hacks oder ähnliches sind sowas wie Ace oder so natürlich hat er ja gesagt, er macht das alles nur für Klicks und Geld aber trotzdem find ich, das muss man nicht von irgendwelchen Leuten dafür, dass man Geld bekommt, ihren Ruf schädigen und dann einfach bei irgendwelchen Leuten behaupten, dass sie hacken obwohl es nicht mal zu 1,5% sicher ist und ja das find ich an der Stelle in der Bastel-Szene so ein bisschen lächerlich dass sie halt einfach viel zu viele Videos oder so hochladen weil sie natürlich ihre Klicks wollen, bevor es ein anderer hochlädt und das find ich einfach lächerlich diese Bastel-Szene lädt die Videos nicht hoch wenn sie sich 1,5% sicher sind sondern diese Bastel-Szene lädt halt die Videos einfach random hoch wenn sie nur eine kleine Behauptung haben, dass jemand hackt oder nur einen kleinen anscheinenden Beweis obwohl es da eigentlich viele Gegenbeweise gegen gibt dann geht es um die Rückmeldung und dann geht es um die Rückmeldung und dann geht es um die Rückmeldung